Weihnachten ist voller Überraschungen, manchmal ein bisschen anstrengend, aber immer sehr unterhaltsam. Den ganzen Tag springen wir pausenlos rum, bereiten das Fest vor, spielen mit den Kindern, ein Festessen nach dem anderen und kaum Zeit sich zu erholen, aber alles in allem Zeit zum Genießen und immer wieder Neues zu entdecken, neue Wege, die dich überraschen, aber das Wichtigste ist Spaß zu haben. Darauf stoßen wir an und dass wir jederzeit zusammen sind. Frohe Weihnachten!